Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro und heute habe ich ein paar lustige Stories und Erfahrungen für euch. Und zwar möchte ich über meine Fehler reden, die ich bisher auf meiner Bikepacking-Touren gemacht habe, was so meine Erfahrungen sind, was ich für Tipps habe für euch und so weiter. Und ja, da sind schon ein paar klasse Stories dabei, so ganz am Anfang, wo ich noch grün hinter den Ohren war sozusagen. Und ja, ich würde sagen, ich fange mal ganz vorne an mit meiner allerersten Bikepacking-Tour. Die war, ich glaube, 2017 mit meinem vollgefederten Mountainbike. Und ja, einem vollgefederten Mountainbike ist natürlich der Platz begrenzt. Für Taschen und sowas, weil man halt, ja, den Dämpfer hat und kann somit keine große Rahmentasche befestigen. Und ja, ich habe dann so ein bisschen geschaut, was kann ich machen und bin dann zu einem Entschluss gekommen, an der Gabel links und rechts einen Flaschenhalter zu befestigen, damit ich einfach nochmal zwei Liter Wasser zusätzlich mitnehmen kann. Und ja, dieses Setup, das Komplette, habe ich vorher auch einmal auf so einer kleinen Mini-Tour getestet, wo ich dann auch meine erste Nacht Wildcampen gemacht habe und so. Allerdings halt diese Flaschenhalter nicht. Ich habe die damals noch nicht dran gehabt, weil ich ja nur auf einer Mini-Tour unterwegs war. Und ja, ich bin dann damals gestartet mit meiner ersten Bikepacking-Tour, so total grün hinter den Ohren. Und ja, an der ersten Abfahrt sind die Flaschen halt direkt links und rechts boing boing rausgefallen. Und ich wusste erst gar nicht, was passiert ist. Und ja, da haben sie gelegen meine Flaschen im Gras und ja, habe mir da mal die Flaschenhalter angeschaut. Und ja, wie das so am Anfang ist, wenn man viel Ausrüstung kaufen muss, dann schaut man natürlich, dass man nicht ganz so viel Geld ausgibt. Und ja, da könnt ihr euch vorstellen, wie viel Geld ich für diese Flaschenhalter ausgegeben habe. Und so von der Qualität waren sie halt auch. Die waren zwar jetzt nicht schlecht gewesen, aber das Material hat halt schon sehr nachgegeben. Und ja, an der Gabel bekommt man ja so die meiste Erschütterung ab und, oder besser gesagt, das Fahrrad. Und deswegen sind die halt auch direkt rausgeflutscht, weil die Flaschenhalter, die waren halt vorne, also jetzt, wenn man an der Gabel guckt, an der Seite, waren die Flaschenhalter halt offen gewesen. Und durch das ganze Rütteln sind die halt einfach so links, rechts, blub, aus dem Flaschenhalter gefallen. Das war jetzt kein Problem. Ich habe dann einfach Kabelbinder genommen. Übrigens, bester Tipp, was man immer dabei haben sollte, Kabelbinder sind schön klein und praktisch kann man immer für irgendwas verwenden. Und habe halt vorne den Flaschenhalter ein bisschen enger gezogen, damit die halt stramm da drin sind. Das war nicht ganz so optimal, weil dann die Flasche auch relativ schwer rausging. Aber es hat eine Weile gehalten. Bis zum vierten Tag oder so, ich bin dann auf einem Trail gewesen und habe es gar nicht gemerkt, dass die Flaschen halt rausgefallen sind, weil ich halt so konzentriert auf dem Trail war. Bin dann schon ein Stückchen weiter gefahren und damals war es noch so, dass ich meine Kamera die ganze Zeit irgendwie mitlaufen lassen habe und habe dann auf der Kamera nachgeschaut, so, oh, wo sind denn die Flaschen rausgefallen? Und ja, natürlich auf dem Trail hat man dann gesehen, dass die so halt rausgefallen sind. Also es war dann trotz Kabelbinder nicht die beste Möglichkeit, aber meistens hat es funktioniert. Und ja, da kann ich euch nur empfehlen, schaut, was ihr für einen Flaschenhalter benötigt. Schaut euch die Qualität an. Es ist nämlich auch so, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch eine Rahmentasche dran habt am Fahrrad und wollt eure, also habt unten drunter eure Flaschenhalter und dann ist es natürlich schwierig, wenn die Flasche nur nach oben herausnehmbar ist, weil dann stoßt ihr direkt an die Rahmentasche und ist wahrscheinlich unmöglich, die Flasche da irgendwie rauszubekommen. Deswegen gibt es dafür seitliche Aufnahmen, also dass man halt gerade die Flasche so seitlich rauszieht. Gibt es für beide Seiten. Ich glaube, die meisten Flaschenhalter gehen auf beiden Seiten raus. Aber wie gesagt, informiert euch da nochmal genauer und dann so befestigen, wie es euch halt am besten für euch passt. Genau, das war das Thema Flaschenhalte und bleiben wir gleich noch bei den Flaschen. Ich hatte dann, also damals habe ich ja auch schon Wildcampen gemacht und ja, habe mir ein schönes Plätzchen gesucht und die Nacht war okay gewesen, war alles gut. Frühs war ich auf, schaue so an mein Fahrrad und denke mir, hä, was ist denn mit meinen zwei Flaschen am Fahrrad passiert? Und da hat tatsächlich ein Tier nachts oben an den, wo das Wasser rauskommt, wo man nuckelt, ne, an diesen Stöpseldinger, dran rumgeknabbert, weil halt das Tier irgendwie, ne, was trinken wollte. Hatte du erst, keine Ahnung. Und ja, das war irgendwie nicht so cool. Gott sei Dank hatte ich noch eine Flasche mit am Zelt gehabt, weil ich, ganz ehrlich, ich wollte daraus nicht mehr trinken. Ich habe dann die Flaschen immer so umgeschüttet und habe immer nur aus der einen Flasche getrunken. Und ja, da mein Tipp, nehmt eure Flaschen immer mit ins Zelt oder zumindest vorne, wie heißt es, ins Vorzelt, weil, ja, ich glaube jetzt nicht, dass an euer Vorzelt ein Tier krabbelt, wenn ihr im Schlaf im Zelt liegt. Und ja, ich habe das damals halt auch überhaupt nicht mitbekommen. Das hat mich so ein bisschen erschreckt, dass ich das nicht gehört habe. Ja, wie auch immer, ich hatte halt auf jeden Fall beschädigte Trinkflaschen und wollte so auch nicht mehr draus trinken. Ja, das war meine Erfahrung zu den Flaschen. Dann bin ich ja, also ich war zwei Monate unterwegs auf dieser Tour und bin dann nach Hause gekommen und habe dann meine ganzen Taschen abgemacht und habe gesehen, dass, ja, ich überall oder fast überall, dass der Rahmen dort, wo die Taschen befestigt waren, dass der Rahmen so, ja, Abschiebungen gezeigt hatten. Also so Kratze und so, ne? Man hat einfach gesehen, dass da eine Tasche befestigt war. Und ja, das war natürlich nicht so cool. Ich meine, man kann es dann endlich da nicht ändern, aber so ein Fahrrad kostet ja ein bisschen was. Und ja, da kann ich euch nur empfehlen, klebt euer Fahrrad ab, gerade da, wo halt irgendwie Scheuerstellen zustande kommen. Mein Mountainbike, das habe ich komplett abgeklebt, auch wegen halt Steinschläge und sowas. Und selbst mit der Hose, also Mountainbike hat man ja meistens eine weite Hose an und selbst die kann irgendwie am Rahmen scheuen und davon kann man dann Abdrücke am Rahmen haben. Und ja, deswegen Autofolie oder sowas nehmen, von mir aus auch irgendwelche Aufkleber, habe ich jetzt auch vorne am Steuerrohr, habe ich so einen großen Aufkleber drauf, weil ich irgendwie die Reste von meiner, von meinem Mountainbike, hatte ich eigentlich noch Reste von der Folie, irgendwie nicht gefunden habe, irgendwie halt abkleben, damit euer Rahmen ja gut erhalten bleibt oder auch für den Verkauf, wenn ihr das irgendwann mal loswerden wollt. Dann war ich ja auch auf dieser Tour, wie schon gesagt, sehr begrenzt, was die Gepäckmitnahme angeht. Und deswegen habe ich das so gehandhabt, dass ich meine Regensachen, also es war jetzt nicht so viel, aber die Regenjacke, und die Regenhose habe ich dann außen auf die Taschen gepackt, weil erstens mal, wenn es regnet, hat man die direkt griffbereit und zweitens, ja, die können ja außen drauf sein, weil die werden ja, wenn es regnet, ziehe ich die ja eh an. Und das fand ich eigentlich eine gute Möglichkeit, wenn man ein bisschen Gepäck einsparen muss oder halt den Stauraum in den Taschen, dass man halt so Regenhose außen drauf packt. Oder auch, es ist ja so, dass die Oberrohrtaschen oder Rahmentaschen meistens nicht wasserdicht sind. Also ich weiß zumindest keine, die wasserdicht ist. Ich glaube, oder? Die VD, die ich mal hatte, die könnte eventuell wasserdicht sein. Wie auch immer, also ich hatte damals, hatte ich ja gar keine Rahmentasche, nur so eine ganz kleine Rahmentasche, doch, doch. Aber, ja, das war bei mir kein Problem, weil da war eh nur Werkzeug drin und ein paar Ersatzakkus und Ladekabel. Das würde ich halt dann einfach nochmal in so einen SIP-Beutel packen, damit das passt. Und wenn ihr jetzt eine größere Rahmentasche habt, da könnt ihr dann auch irgendwie die Regenjacke oder sowas reintun, die ja dann eh rauskommt, wenn es regnet. Und, ja, so Snacks oder Werkzeug, das kann ja nass werden, das ist ja eigentlich kein Problem. Und ich dachte eigentlich, meine Restrap-Taschen sind alle wasserdicht. Das hatte ich auch so im Video erwähnt und jemand hat dann kommentiert, nein, die Rahmentasche, Oberrohrtasche eben nicht. Und, ja, ich hatte das mir irgendwie nicht richtig durchgelesen, weil irgendwie in der Beschreibung was steht von wasserdichtem Reißverschluss und Pipapo und bin irgendwie davon ausgegangen, dass die wasserdicht sind. Und ich bin jetzt am Anfang, als ich die Taschen bekommen habe, bin ich einmal durch so einen Regenschauer gefahren, 15 Minuten, und da war alles trocken. Deswegen dachte ich, die sind wasserdicht. Und ich habe aber jetzt nochmal den Test gemacht und bin, gestern war das, glaube ich, ja, zwei Stunden mit den Taschen durch den Regen gefahren. Das Video dazu kommt auch irgendwann, das dauert noch ein bisschen, bis das online kommt. und nach zwei Stunden, es hat echt viel geregnet. Vielleicht habt ihr meine Story auf Instagram gesehen und es war auf jeden Fall alles innen trocken. Also die Taschen sind wasserabweisend, aber eben nicht wasserdicht. Ich würde halt dann so Akkus oder sowas, was ihr auch da drin habt, was nicht nass werden darf, einfach nochmal einen Zipbeutel machen und dann passt das eigentlich auch. Und genau. Dann ein weiterer Tipp für die Lenkertasche. Also Lenkertasche ist ja meistens so aufgebaut, dass man das Ganze schon schön zusammenpresst und dann der Packsack auf beiden Seiten aufgeht. Und deswegen würde ich dort immer Sachen reinpacken, die man erst am Abend braucht. Also sprich Schlafsack, Isomatte, Schlafanzug, also Sachen zum Schlafen, Zelt, weil es ist dann ein bisschen blöd, wenn ihr jetzt zum Beispiel da die Regenjacke drin habt, dauert es erstens länger, bis ihr da den Zugriff habt, weil bei mir zum Beispiel, ich habe vorne da noch die Zellschlangen dran gespannt und es ist halt alles so, auf dieses Packmaß, sag ich mal, mit Schlafsack, mit allem so abgespannt und wenn ich dann was raushole und dann muss ich das wieder neu abspannen und dann wieder da vom Packsack links und rechts zudrehen und das ist ein bisschen nervig und deswegen würde ich da immer Sachen reinmachen, die ihr wirklich erst am Abend braucht, weil ich finde, Sachen aus der Rahmentasche oder selbst hinten aus dem Packsack zu entnehmen ist definitiv einfacher, geht schneller und ist praktischer und dann habt ihr halt vorne auch Sachen, dann drin, die nicht zu schwer sind. Weil man möchte ja schon noch ein bisschen lenken und wenn da irgendwie fünf, sechs Kilo dran sind, was ich damals hatte an meinem Mountainbike, das ist schon nicht so angenehm. Also da auf jeden Fall an der Frontage immer Sachen rein tun, die es am Abend braucht. Dann habe ich ja eben schon gesagt, mit den Sachen außen drauf packen, da kann ich euch auch einen Tipp geben, also ich habe das immer mit Spanngurten gemacht und jetzt an meiner Re-Strap-Tasche habe ich ja außen so ein, ja wie so ein paar Schnüre und deswegen muss ich da eigentlich nichts mehr mit Straps befestigen, sondern kann einfach diese Schnüre benutzen und an der Satteltasche hinten passt das super bei mir mit den Flipflops, die kann ich da so reinstecken und festspannen und da sind die eigentlich bombenfest. Aber wie auch immer, ich war letztens in der Rhön gewesen und ich habe es tatsächlich geschafft oder die Flipflops haben es geschafft, sich daraus zu lösen und runterzufallen und ich sage mal, wenn man ja was von der Satteltasche oder was, wenn einem was hinten runterfällt, das bekommt man nicht wirklich mit, aber ich habe irgendwas gehört, habe gedacht, naja, guckst du jetzt doch mal und ja, es wundert mich zwar immer noch, dass die rausgefallen sind, aber der Trail, der war halt wirklich ruppig, sehr lange und dann haben die sich halt nach und nach gelöst und ich werde es in Zukunft mit einem Karabiner befestigen. Es kann dann zwar immer noch rausfallen, aber spätestens, wenn es dann irgendwie am Rahmen schleift oder am hier Reifen, dann weiß ich, dass da irgendwas locker ist und deswegen Karabine. Dann zu meiner nächsten Tour, die ich dann 2018 gefahren bin, das war die Trans-Ost, so eigentlich bisher das verrückteste Ding, was ich gemacht habe und für diese Tour habe ich ja mein Gravel-Bike bekommen, das ich jetzt schon seitdem fahre und eigentlich hätte das Fahrrad vier Wochen vor diesem Event kommen sollen, gekommen ist es allerdings zwei Tage vor. Ja, ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie man sich fühlt auf eine Tour mit einem Fahrrad, dass man nicht warm gefahren hat. Es war echt eine Katastrophe, also wenn ihr eine Bikepacking-Tour vorhabt, dann fahrt euer Fahrrad erst warm. Es war nämlich wirklich die Katastrophe. Ich sage mal, ich komme vom Mountainbike und wenn man sich dann auf ein Travel-Bike-Sitz setzt, dann ist halt die Sitzposition schon erstmal ein bisschen ungewohnt und ich bin halt auch recht viele Kilometer gefahren, zwischen 70 und 100 Kilometer am Tag und mein Nacken, der hat so wehgetan und meine Hände haben wehgetan. Es hat einfach alles wehgetan. Das Einzige, was nicht wehgetan hat, war mein Knie, weil vor der Tour hatte ich irgendwie Schmerzen mit dem Knie und dann bin ich mit dem Travel-Bike losgefahren. Knieschmerzen waren weg, Gott sei Dank wenigstens etwas, aber alles andere hat wehgetan. Und ja, es war also absolut Empfehlung, ein Fahrrad vorher warm fahren, weil ich habe auch gemerkt, warm fahren, einfahren. Ich habe nämlich auch gemerkt, ich bin mit viel zu viel Luftdruck gefahren, weil ich halt da so auch keine Erfahrung hatte irgendwie, wie viel Luftdruck man auf so ein Travel-Bike-Reifen macht. Das heißt, ich hatte ja zu viel Luft drin und es hat sich alles total hart angefühlt und ich habe gedacht, das muss sich halt so anfühlen, weil klar, das Fahrrad hat halt keine Federung, aber mit den Reifen kann man einfach so viel Dämpfung rausholen, wenn man den passenden Luftdruck hat. Und ja, es hat sehr lange gedauert, bis ich das dann gemerkt habe. Und dann hatte ich auch ein Problem mit dem Länger. Es war halt nur so ein Rennradlänger gewesen, wie man ihn halt kennt. Und ich konnte, wenn ich am Unterlänger gegriffen habe, bin ich nicht an die Bremsen gekommen. Dafür sind, keine Ahnung, meine Hände zu klein, was auch immer. Und ja, bin dann mit diesem Länger die ganze Zeit oben gefahren, also oben am Oberlänger. Das heißt, ich hatte nicht richtigen Zugriff auf die Bremse und fragt mich, das war wirklich eine Katastrophe. Und ja, ich habe mir dann irgendwann mal so eine Flair-Länger gekauft, der sozusagen, also der Unterlänger geht so gebogen nach außen. Und das hat halt auch den Vorteil, dass man viel mehr Gepäck vorne dran bekommt an den Länger, weil mich, also irgendwas war immer im Weg. Wenn ich geschaltet habe, habe ich jedes Mal die Tasche, die Fronttasche gespürt. Das war wirklich eine Katastrophe. Und durch den Flair-Länger, weil der unten nach außen geht, kann man dann wirklich ohne Probleme ein bisschen die Längertasche breiter ziehen, also halt mehr Gepäck mitnehmen. Und man merkt auch beim Fahren, dass man einfach viel mehr Kontrolle hat im Gelände. Oder selbst wenn ihr nur einen Schotterweg runterfahrt, der sehr grob ist, da fühlt man sich auf jeden Fall definitiv sicherer. Und ja, beim Einfahren von einem Fahrrad, dann, da findet man halt dann erst so Problemchen. Und genau, ich hätte es gerne anders gemacht, aber das war halt so gewesen. Und ja, ich habe es Gott sei Dank überlebt. Das Problem, was ich noch auf der Trans-Ost hatte, war mit den Campingplätzen. Also so ab und zu muss man ja auch mal duschen. Und dann habe ich einen Campingplatz aufgesucht. Und ja, bei dem einen bin ich sehr spät angekommen. Ich glaube erst so 19 oder 20 Uhr. Und meine Erfahrung ist bisher gewesen, dass die meisten Campingplätze, also die Anmeldung, so 17 Uhr, 18 Uhr schon schließen. Generell ist das eigentlich kein Problem. Also du kannst trotzdem dein Zelt aufstellen und dann halt am nächsten Tag bezahlen. Allerdings, wenn du dann duschen möchtest und die meisten Campingplätze haben mittlerweile Duschmarken, dann kannst du auch an der Anmeldung keine Duschmarke kaufen. Und das ist ja eigentlich so der Hauptgrund, warum du auf den Campingplatz gehst, weil du halt duschen möchtest. Und ja, es war irgendwie abends 20 Uhr. Da waren auch, es war schon dunkel gewesen. Warum war es da eigentlich schon dunkel? Ich weiß gar nicht. Vielleicht war es auch schon 10. Und habe halt auch keine Leute mehr groß draußen gesehen. Sonst hätte ich von jemand anderem eine Duschmarke abgekauft. Und ja, bin halt verschwitzt ins Bett gegangen. Das war irgendwie nicht so cool gewesen. Und ja, deswegen informiert euch davor, wann der Campingplatz zumacht oder ruft vorher an oder was auch immer. Oder ihr könnt halt nicht duschen oder was auch immer. Ich meine, manche Campingplätze haben vielleicht noch keine Duschmarke, aber 80 Prozent, glaube ich, haben die es mittlerweile alle eingeführt. Finde ich ein bisschen nervig. Gerade wenn man halt erst spät auf den Campingplatz kommt. Dann zum nächsten Event. Das war letztes Jahr, 2019. Das Bikepacking Franconia. Und auch dort habe ich noch nicht ausgelernt und musste noch dazulernen. Und zwar schon in der ersten Nacht. Ich habe ja das MSR Huber NX Zelt. Also das Ein-Mann-Person-Zelt. Und ja, das Zelt ist ja schon relativ teuer, aber ist ein Geldwert, sage ich mal. Und dann kann man ja noch so ein Footprint kaufen. Also auf Deutsch eine Zeltunterlage. Und die ist halt auch noch mal relativ teuer. Ich weiß nicht, kostet die 80 Euro oder so. Und ja, schlau Caro hat sich gedacht, nee, so eine günstige von Amazon kann man sich ja auch kaufen. Kostet nur 20 Euro. Und ich fand es eigentlich ganz cool, weil diese Zeltunterlage, also normalerweise so ein Footprint ist wirklich nur so groß wie der Zeltboden. Das heißt, das Vorzelt hat halt dann keine Unterlage. Und ich fand es eigentlich ganz praktisch, dass meine Zeltunterlage ein bisschen zu groß war. Also größer als das Zelt. So konnte ich halt meine Sachen da im Vorzelt noch schön sauber verstauen und musste die nicht irgendwie in die Wiese legen. Das Problem ist allerdings, wenn es anfängt zu regnen, dass dann auf diese Zeltunterlage das ganze Wasser läuft. Und das läuft dann auch unter das Zelt. Und dann sitzt du im Nassen. Und das ist mir dann passiert beim Franconia-Event. Und glücklicherweise, also es war wirklich alles nass. Mein Schlafsack war nass und so. Und es war wirklich ätzend, das überhaupt einzupacken. Und ja, aber es war ja so, beim Franconia-Event, man konnte ja die ersten 160 Kilometer so fahren. Oder die Route war so gelegt, dass die ersten nach 160 Kilometer, dass man wieder sozusagen am Startpunkt zurückgekommen ist. Weil die hatten halt auch die Route extra so gelegt, dass man das Ganze halt auch in einem Tag fahren kann. Das heißt, wir sind alle die One-Day-Fahrer, diese 160 Kilometer gefahren, diese Bikepacker, diese 160 Kilometer. Und dann sind die anderen, die halt die lange Route fahren wollten, dann weitergefahren. Und die, die nur für einen Tag fahren wollten, die waren dann nach 160 Kilometer fertig. Das heißt, ich hatte Gott sei Dank Glück und habe dann entschieden, mein Zeug einfach ins Auto zu legen, meine Schlafsachen und so, weil ich ja sowieso wieder an dem Abend zurückkommen möchte. Das war für mich, das war damals eine echte Herausforderung. Ich hatte eigentlich das so geplant, dass ich irgendwie 100 Kilometer fahre, irgendwo schlafe und dann weiter fahre. Aber so war ich halt dann gezwungen, die 160 Kilometer zu fahren, weil ich ja meine Schlafsachen nicht dabei hatte. Und genau, das war auf jeden Fall eine krasse Nummer für mich gewesen. Und der andere Nachteil ist, mit so einer Zeltunterlage, also wenn du nicht die passende hast, ist, weil dieses MSR-Zelt ist ja eigentlich auch dafür gedacht, dass man das aufbauen kann, wenn es regnet. Das heißt, du baust erst das Außenzelt auf, also die Zeltplane, dann baust du oben drauf das Außenzelt und dann krabbelst du rein und dann baust du das Innenzelt auf. Wenn aber der Footprint nicht passend zum Zelt ist, dann kannst du nicht zuerst das Außenzelt aufbauen. Das geht nicht, weil ja dann keine Verbindung zwischen Zeltplane und Außenzelt ist. Das hatte ich damals auch nicht bedacht. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwie demnächst noch ein Footprint kaufen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das MSR-Zelt behalten will oder kann, weil ich halt 1,87 Meter bin und ich leider beim Schlafen immer an die Zeltwand komme. Also entweder mit den Füßen oder mit dem Kopf. Und das nervt mich so ein bisschen. Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Dann gibt es ja bei dem MSR-Zelt so einen coolen Packsack. Also das finde ich da echt klasse gelöst. Man haut wirklich das Außenzelt, das Innenzelt, kann man so grob mit der Hand zusammenknäulen, schmeißt es in diesen Packsack, zieht ihn zu und fertig. Das finde ich echt optimal gelöst. Ich habe ja jetzt mit meinem Freund noch dieses Dreimann-Zelt von Big Agnes gekauft, das Fly Creek. Und die haben nicht so einen Packsack dabei. Du musst dann wirklich das Zelt schön klein, eng zusammenrollen und dann in diese Hülle schieben, so wie das irgendwie jeder kennt. Und der Packsack vom MSR hat den Vorteil, dass nicht nur schnell das Zelt zusammengepackt ist, sondern das dient mir auch immer als Kissen. Also ich haue dann irgendwie ein Handtuch oder Sitzpolster oder irgendwelche Klamotten da rein, ziehe das zu und dann habe ich ein Kissen. Und somit kann ich mir schon ein Mitnehmen eines Kissen sparen. Und ja, finde ich eine sehr coole Lösung. Wenn ihr, ja, Elektronik habt ihr wahrscheinlich auch dabei, USB-Kabel und so weiter. Und ja, ich habe auch schon, ihr habt bestimmt schon mitbekommen, dass ich immer mal wieder was verliere auf einer Bikepacking-Tour und dazu gehört halt auch ein USB-Kabel. Habe ich schon verloren, eins habe ich kaputt gemacht. Und wenn das dann euer einziges ist, mit dem ihr euer Smartphone oder euer TBS-Gerät aufladt, dann habt ihr nämlich ein Problem, weil es gibt nicht an jeder Ecke einen Mediamarkt oder sonst irgendwas, wo ihr ein Kabel kaufen könnt. Deswegen, es gibt auch so ganz kleine Kabel und da nehme ich dann immer noch mal ein extra Kabel mit, nur zur Sicherheit, weil, ne? Ohne Strom dann darstellen ist irgendwie blöd. Also, keine Ahnung, ich könnte dann keine Videos machen und ich würde mich einfach ärgern. Deswegen, bei mir kommt immer noch ein extra USB-Kabel mit. Was ich noch für, ja genau, mit Supermärkten, ich muss gerade auf meinem Notizzettel gucken. Also, in Deutschland haben wir eigentlich nicht so das Problem mit Supermärkten. Also, die gibt es wirklich an jeder Stelle, an jeder Ecke. Allerdings sollte man das nicht unterschätzen. Also, an, ja, Frankronia-Event bin ich mal an einem Supermarkt vorbeigefahren, weil ich mir gedacht habe, ah ja, da müssen ja, glaube ich, noch zwischendurch Bäcker und sowas kommen. Da hole ich mir dann da was Schnelles und der nächste Supermarkt ist dann in dem, dem Ort und da kaufe ich dann groß ein. Ja, nur das Problem war, dass ich, also es war Juli oder August, also mitten in den Ferien und der Bäcker, sowohl der Metzger hatten, wie heißt es, Ferien, also Urlaub gemacht, Betriebsferien. So, in einem Ort, die einzigen Möglichkeiten, was zu essen zu bekommen, haben beide Urlaub gemacht und es ist kein Witz, ich fahre irgendwie 30 Kilometer Weide und da war gleich direkt dasselbe Problem. Und da habe ich mir echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und ich hatte dann wirklich nichts mehr zu essen. Ich hatte, glaube ich, noch ein Riegel. Davon mal abgesehen, kannst du ja auch nicht hier die ganze Zeit hier nur Riegel reinfahren. Irgendwann willst du auch mal was Gescheites essen. Und, ja, das sollte man sich nicht unterschätzen. Also, ich plane das jetzt immer so oder notiere mir überall die ganzen Supermärkte, dass ich wirklich weiß, falls hier an diesem Supermarkt, ja gut, Supermärkte haben eigentlich nichts zu, aber falls der Bäcker XY zu hat, dann weiß ich wenigstens in 5 Kilometer kommt der Nächste, damit ich Bescheid weiß. Also, das war echt so das Problem. Ja, das waren meine Erfahrungen zum Frankonia-Event. Dann war ich ja letztens in der Rhön gewesen und gut, es war nur eine Nacht gewesen. Aber auch da habe ich wieder dazugelernt und erstens mal war das ja mit diesem Karabiner, das habe ich ja vorhin schon erzählt, dass die Flip-Flops mir abgesprungen sind und dann hatte ich auch nur einen Sitzpolster dabei, weil ich hatte ja geplant, nur zwei Nächte, also maximal zwei Nächte zu bleiben. Ich bin dann eine Nacht geblieben nur und deswegen hatte ich auch nur das Sitzpolster dabei, mit dem ich halt gefahren bin. Allerdings war es halt schon sehr heiß gewesen, das Sitzpolster irgendwie dauerhaft feucht und irgendwie, ich weiß nicht warum, eigentlich ist das Sitzpolster gut eingefahren, das empfehle ich sowieso immer, dass ihr eure Sitzpolster vorher einfahrt und nicht mit einer neuen Hose auf eine Radtour geht, auf eine lange. Das kann böse enden. Und ja, wie auch immer, ich hatte noch nie Probleme mit dieser Hose, aber an dem Tag hatte ich irgendwie Probleme, dass es komisch gerieben hat und es war zum Schluss wirklich anstrengend gewesen. Also ich hatte Glück, dass ich mich dann entschieden habe, wirklich nur eine Nacht zu bleiben, weil ich hätte da glaube ich so nicht weiterfahren können. Bin dann viel im Stehen gefahren und ja, deswegen, auch wenn ihr nur ein paar Tage unterwegs seid, nehmt auf jeden Fall nochmal einen Sitzpolster mit. Es kann immer mal zu Problemen kommen und wenn euer Arsch weh tut, dann fahrt ihr auch kein Fahrrad mehr weiter, dann macht das keinen Spaß. Und ja, aber ansonsten hat es in der Rhön gepasst. Kann ich, mit den Taschen war ich super zufrieden. Das war eigentlich so das erste Mal, wo ich mich auf einer Bikepacking-Tour nicht über die Taschen ärgern muss oder um die Taschen kümmern muss, dass irgendwas auf dem Reifen schleift oder dass ein Reißverschluss klemmt oder sonst irgendwas. Habe das früh festgezogen, drangeschnallt, gefahren und fertig. Das hat wirklich super funktioniert. Allerdings habe ich jetzt noch ein paar allgemeine Tipps, die mir immer wieder mal passieren, die ich auch nicht befolge. Und zwar ist das genug zu essen. Und doch, ich muss sagen, diesmal auf der Rhön, in der Rhön habe ich es wirklich befolgt. Und sobald man einen leichten Hunger verspürt oder schon eigentlich eher, dann haut euch ein Riegel rein oder irgendwas oder Gummibärchen oder was auch immer. Ich war auch kurz davor, wieder den gleichen Fehler zu machen, dass ich zu lange warte, bis ich mir wieder Energie reinfahre, also was esse. Weil ich habe gedacht, naja, fährst du noch ein bisschen und dann, wenn du einen schönen Punkt siehst, dann setzt du dich hin und isst was. Aber das ist der Fehler, den ich immer wieder begehe, weil dann finde ich keinen schönen Punkt. Dann dauert es noch 20 Kilometer und dann fahre ich die ganze Zeit 20 Kilometer und habe eigentlich Hunger. Und deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, dass ich dann einfach einen Riegel parat habe, irgendwie in der Rahmentasche, Oberrohrtasche, wo auch immer, wo ich halt während der Fahrt rankomme und während der Fahrt den Riegel esse und wenn dann irgendwo ein schöner Punkt kommt, mich nochmal hinsetze und was Gescheites esse, damit ich da wirklich nicht leer laufe und dann kommt der nächste Bag und dann steht man nämlich da und man hat keine Energie übrig. Also wenn ihr irgendwie auf dem Fahrrad merkt, entweder sofort stehen bleiben und was essen oder während der Fahrt was essen. Bei mir ist es halt immer so, ich will dann irgendwie einen schönen Aussichtspunkt haben und das ein bisschen genießen, wenn ich da jetzt kurz Pause mache und dann bin ich halt viel zu oft weitergefahren, obwohl ich eigentlich Hunger hatte. Und deswegen, als ich jetzt während der Fahrt. Dann Magnesium. Ich habe oft das Problem, dass ich nachts aufwache und habe dann Krämpfe, wenn ich kein Magnesium genommen habe und ich muss mir das echt angewöhnen, dass ich jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, mir eine Magnesium-Tablette reinfahre. Also ich habe ja eigentlich immer so Getränkepulver dabei, ich meine klar, wenn man dann schon ein paar Tage unterwegs ist, lässt sich so Pulver jetzt auch nicht gut mitnehmen, aber so Magnesium-Tabletten immer, deswegen muss ich mir das angewöhnen, abends vorm Schlafengehen Magnesium zu nehmen, weil ich dann nachts wirklich mit höllischen Krämpfen aufwache und das ist echt unangenehm, vor allen Dingen, wenn man auf einer Isomatte liegt. Zu Hause im Bett ist ja ein Krampf schon unangenehm, aber so im Zelt Isomatte, nee, es ist echt nervig. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alle Tipps und Erfahrungen und Storys euch erzählt. Vielleicht wird es irgendwann mal wieder so eine Folge geben, weil ich wieder eine neue Erkenntnis gezogen habe und wieder schlauer geworden bin. Man lernt ja nie aus. Ent hinein müsst ihr auch selber eure Erfahrungen machen, aber ich kann schon mal so von meinen Fehlern euch, ja, weiterhelfen. Dann kommen wir zu dem Produkt der Woche und zwar ist das ein Reparatur-Kit von Stance, also Dart heißt es, das ist von Stance und das hat den Hintergrund, also ich fahre ja tubeless und bei tubeless kann es ja trotzdem mal passieren, dass man ein, oder es sich den Mandel aufreißt, ein großes Loch drin hat, dass die Milch nicht mehr schließen kann. Und dafür gibt es halt so Reparatur-Kits und das Dart funktioniert so, also es sieht irgendwie so wie ein Dart-Pfeil aus, deswegen wahrscheinlich auch der Name, dass, ja, man hat halt so ein Teil, wo vorne so ein, also so ein Stab, sage ich jetzt mal, und vorne steckt so ein fluffiges Material drauf. Sieht aus wie so ein bisschen das Dart-Ende von so einem Dart-Pfeil. Hinten sind noch diese Flagger-Dinger drauf, ich weiß nicht, wie die heißen. Genau, und das sticht man halt dann in das Loch und dieses Material verbindet sich dann irgendwie, gibt irgendwie so eine chemische Dingsbums-Verbindung mit der Stance-Milch und dann wird das Ganze wieder dicht und die Milch kann das alles schön abschließen. Ja, und das Ganze wollte ich testen, wie das, oder habe ich getestet, wie das Ganze funktioniert. Das dauert auch noch ein bisschen, bis das Video online kommt. Das ist jetzt so ein kleiner Teaser. Ich werde jetzt nicht genau sagen, was passiert ist. Auf jeden Fall habe ich dieses Reparatur-Tool ausprobiert und zwar bin ich mit einem Travel-Bike-Laufrad mit Reifen, also WTB-Venture-Reifen war drauf, habe ich an mein Mountainbike gemacht, weil mit dem Mountainbike kann man ja so ein bisschen ins gröbere Gelände, weil das Ziel war, den Reifen kaputt zu fahren. Und ja, am Mountainbike fahre ich ja eigentlich 29 Zoll, das Laufrad war aber 27,5. Das heißt, vorne hatte ich 29 Zoll Reifen drauf und hinten 27,5. Ja, jetzt bin ich damit den Bag hochgefahren zu unseren Hometrails und ja, das hat sich verdammt komisch angefühlt, hat auch sehr komisch ausgesehen. Wir werden auf jeden Fall noch Bilder folgen auf Instagram und wie gesagt, auch das Video dazu und ja, wie gesagt, das Ziel war, den Reifen kaputt zu fahren, um ein Loch reinzubekommen. Ich werde euch aber jetzt nicht verraten, wie ich es geschafft habe, das Loch reinzumachen. Das werdet ihr dann im Video sehen. Auf jeden Fall, ja, ist das daher mein Produkt der Woche, das DART-Tool von Stance, weil es super gut funktioniert hat. Es ist wirklich, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr diese anderen Tools kennt, wo man irgendwie so ein spitzes Teil hat und dann die Salami da drauf sticht und dann in den Reifen das bohrt und ja, da habe ich mich, oder hatte ich immer schon Angst, dass ich mich irgendwie verletze und bei dem DART-Tool ist es halt cool, das ist halt so eine Plastikspitze, das heißt, du verletzt, du zerstörst auch die Felge nicht, weil wenn man in platten Reifen was sticht, kommt man halt direkt auf die Felge drauf und ja, das ist einfach nur so ein Plastikteil, das heißt, du machst die Felge nicht kaputt und auf der anderen Seite ist auch noch so ein Werkzeug, dass man den Ventilkern abschrauben kann. Angenommen, du hast jetzt irgendwie so viel Milch verloren, dass du Milch nachfüllen musst, dann kannst du mit dem Tool den Ventilkern abschrauben, Milch nachfüllen, wieder draufschrauben und bist wieder am Start. Finde ich eine coole Sache und werde ich euch unten in die Videobeschreibung packen. Das ist jetzt übrigens Werbung, weil mir das Teil zur Verfügung gestellt worden ist. Ja, Link in der, nee, nicht Videobeschreibung, sondern in den Shownotes und ja, ich denke mal, ich packe auch noch ein paar Sachen unten rein, wie Flaschenhalde, mit seitlicher Aufnahme und sowas. Genau. und ich bin jetzt am Ende dieser Folge, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich wie immer auf Feedback, wenn ihr mir irgendwo ein E-Mail schreibt oder Kommentare hinterlasst und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, ich wünsche euch, ich wünsche euch was, Habt eine gute Woche und ja, bis zur nächsten Folge. Schwing dich aufs... Mensch, zu lang gesprochen, ich kann nicht mehr reden, aber ihr wisst ja, was kommt, ne? Schwing dich aufs Bike und travel and ride. Bye, bye.